Warum das mit diesen Futterdingern funktioniert auch nie? Warum ist da kein Futter? Ach, keine Ahnung. Ja, sind jetzt gestresst, ist gut. Was soll ich machen? Ja. 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 Schauen wir jetzt aus mit diesen östafrikanischen Löwen da. Ja. 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 Dann kann ich dann noch ein Mehl dazu nehmen. So. Ja. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das ist echt nichts. So, jetzt haben wir 400 Bäume da drinnen wahrscheinlich, ne? Ja, die grafik ist ein Traum. Es ist wunderschön, nur nicht zum ausschauen. So, jetzt kommt es ein Traum. So, jetzt kommt es ein Traum. So. 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 Ah, ich warte noch auf den anderen. Was ist mit euch jetzt eh dauernd gestresst? Es ist zum Mäusemelken. Wirklich? 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 Afrika-Graslandschaft Wirklich? 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 Hm, bringe ich das Wasser weg? Nein, nein. Ja, wie sie das so für Pflanzen einbringen, bitte. Ja, genau. Wo ist denn jetzt so ein Löwe? Warte, nur Mäus auf. Ich will nicht die Schienen anklicken, ich möchte bitte gerne den Löwen anklicken. Danke vielmals. Das war die Schmerzen anklicken. Ich will nicht, ich würde gerne die Schmerzen anklicken. Ich bin nicht die Schmerzen anklicken. Das war die Schmerzen anklicken. Auf Wiedersehen. Das ist ein Klee. Ja. 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 Hm. Ich weiß jetzt schon langsam wirklich nicht mehr, wo ich irgendwas dahin tun soll. Ich hab alles schon 17 und 3-fach da drinnen in dem Gehege. Was passt da trotzdem hinter und vorne nicht? Die benötigt wenig. Hat was... irgendwas hab ich... irgendwas irgendwie... Irgendwie funktioniert das... Funktioniert alles schon wieder nicht mehr. Ach Gott, bitte. Ich weiß nicht, ich war jetzt... Irgendwie entweder hab ich ein Blackout oder keine Ahnung, aber irgendwie... Ich denk mir schon, ich tu da Pflanzen rein und Pflanzen rein und... Ist natürlich viel zu viel, so viel wollte ich gar nicht. Ich muss ja nicht auf 100% kommen. Irgendwie... Da nix grün worden ist, hat mich irritiert. So. Immer noch zu viel, sehr klar. Ich hab jetzt wieder einen. Ja. 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 Also... Ja. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 So, wo ist es jetzt? Schaut es jetzt aus bei euch? Immer noch ein bisschen zu viel. Immer noch ein bisschen zu viel. Immer noch ein bisschen zu viel. Man, man, man. Ich habe wirklich gefühlt so viele Pflanzen reingekaut. Ja, Leute, ich kann ja nicht hundert Sachen auf einmal machen. Jetzt wartet es mal kurz. So gut, die sind jetzt halbwegs happy. Was ist da jetzt da? Giraffe und Springbock. Es ist so ein Blödsinn, echt. Tierpfleger, Techniker, was ist noch? Tierarzt. So, Techniker. So, eine Verfassung. Na gut, wenn die Tickets so günstig sind, dann gehen wir halt mit dem Preis aufhören. Gott, am liebsten täte ich alle verkaufen. Wisst ihr das eigentlich? Ihr geht's mir zum Zager. So, ein Blödsinn, das ist ein Blödsinn, das ist ein Blödsinn, das ist ein Blödsinn. So, ein Blödsinn, das ist ein Blödsinn, das ist ein Blödsinn. Das ihr seit sehr früh hörst, das ist ein Blödsinn. Das ist ja unglaublich. Oh, 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 oh. Untertitelung des ZDF, 2020 Ah, ja, klar, ich habe nicht genug Geld. Tja, es tut mir leid, lieber Springbok, ich kann nichts für dich tun, ich habe nicht genug Geld. Tja. Sorry. Wirst halt jetzt gestresst sein, was soll ich jetzt machen? Ich kann es jetzt leider mehr rendern. Puh, du bist aber schon 17.000 im Minus, was ist denn jetzt los bitte? Und... Okay. 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 So sind die Ausgaben plötzlich so hoch? Sind die so teuer, die Löwen oder was? Was ist mit dir? Mit dir kann ich nichts machen, oder was? Hm, jetzt noch ins Gehege. Okay. Was fahren wir eigentlich überhaupt? Leute damit, oder? Kann ich das... Nein, nein, nein. Nee. Ich schließe das Zeug jetzt einfach mal. Techniker wurde angefordert. Ja, vielleicht kommen wir da irgendwann einmal in zehn Jahren oder her. Hm, ja, es tut mir leid, ich kann jetzt gar nichts, ich kann nicht mal irgendwas hinbauen oder irgendwas, ich kann jetzt, eigentlich kann ich jetzt gar nichts machen. Ja, ich kann jetzt gar nichts machen, ich kann jetzt gar nichts machen, ich kann jetzt gar nichts machen. Na scheiße, die ist schwanger auch noch. Kann ich nichts machen mit der blöden Guten. Zum Essen kriegen sie irgendwie auch nichts mehr. Ja, ich kann jetzt gar nichts machen. Ja, ich kann jetzt gar nichts machen. Ich lasse es mal so laufen, mal gucken, ob sie sich wieder fängt oder nicht. Und falls ja, werde ich wieder hier einsteigen in diesem Spiel. Wenn nicht, dann sehen wir uns das nächste Mal und wir fangen halt einfach nochmal von vorne an. Bis dann. Ciao. 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 Vielen Dank.